Herzlich Willkommen, hier ist euer GTA 5 LP. So, es geht weiter mit Let's Play Ground Drift Auto Online und neben mir ist schon wieder Luke 1 LP. Grüß Gott. Ja. Heute machen wir Raubüberfälle, also Raubüberfall Teil 2. Stimmt doch, ne? Ja. Ja. Oh ey, Spieler nimmt nicht mal in der Sitzung teil, ey. Das ist für'n Scheiße, ey. Ja, dann machen wir dann so ein. Ja. Überfall. So, dann gehen wir zum Nächsten. Bitte biegen Sie links ab. Ah, so cool. So cool. Na gut, dann machen wir Überfall selber. So cool. So cool. Super. Ja. Ja. Endlich wieder aufnehmen. I really need to get insurance. Und jetzt irgendwo reinfahren. In Form Versteck wieder aufsuchen. So wie bei der letzten Aufnahme. Ja. Na gut. Ja. Aber er ist unsere Mutter. Ja, manchmal muss man einfach einen anderen Weg suchen, wenn übelst erfolgt. Entschuldigung, wenn ich ein wenig rede, denn... Hm, alle Nachbarn. Das ist so spannend. Gerade jetzt und... Oh, dein Nachbarn hat einen neuen Auto. Ja! Nachbarn, du hast ein neues Auto. Wenn du es gerne abholen willst, dann kommt ein Auto raus. Wo machen wir jetzt? Ja! So, jetzt geht der nächste Überfall. Ja. Ja. Weißt du, was für Thema wir haben? Luke 1 LP? Keine Ahnung. Wir haben jetzt einfach nur kurz Fossil aufgenommen, weil wir irgendwie so Bock drauf hatten, aber... Ja. Wir haben jetzt kein Thema. Na, wie scheiße ich fahre. So, meine Damen und Herren. Luke 1 LP? Schön, ähm... Steuer... Steuerumgehör. Ja, ganz gut. Neuer guten Tag, meine Fans! Und, äh... Ja. Fast 70 Abonnenten. Und... Ja. Ich kann einfach sagen, also ich... Danke euch für 67 Abonnenten, ihr seid zu kurzem. Und, ihr könnt jetzt entscheiden, was ich aufnehmen soll. Oder, ihr könnt entscheiden, wann ich wieder Let's Play machen soll, also bei PS2 spielen, so wieder. So, und, ähm... Dann sag ich mal, oder sagen wir mal, wir machen auch mal die Aufnahme. Wenn euch das Video gefallen, könnt ihr den Daumen nach oben reinpacken. Ihr könnt uns gerne abonnieren, falls ihr... Ja, falls ihr mein, ähm... Bei Zeit ein Video, ob ihr einfach verpassen wollt. Ja, dann sagen wir mal... Tschüss, bis in der nächsten Folge wieder. Haut rein! Und... Ciao! Ciao!